Paolo Di Cagno ist ein ehemaliger italienischer Fußballspieler und heutiger Trainer. Er spielte im Sturm, Leben. Paolo Di Cagno begann seine Karriere 1985 bei Lazio Rom. Er spielte daraufhin zehn Jahre bei verschiedenen Vereinen in seiner Heimat, wie dem AC Mailand oder Juventus Turin. Mit diesen zwei Vereinen gewann er seine einzigen drei Titel. Im Jahr 1996 wechselte er zu Celtic Glasgow, wurde aber nach nur einem Jahr zu Sheffield Wednesday transferiert. Obwohl er in der Spielerwahl zu Schottlands Fußballer des Jahres gewählt wurde. Er war nach Theo Snellers und Brian Laudrup der dritte Nichtbrite, der diese Auszeichnung erhielt. Bei Sheffield Wednesday fiel Di Cagno durch seine Gewalttätigkeit auf. Im Spiel gegen den FC Arsenal geriet er mit seinem Gegenspieler Martin Keown aneinander. Woraufhin beide die rote Karte sahen. Der Italiener wollte die Entscheidung jedoch nicht akzeptieren und stieß Schiedsrichter Paul Alcock zu Boden. Als Konsequenz wurden eine Sperre für elf Spiele und eine Geldstrafe von 10.000 Pfund verhängt. Als er wieder spielberechtigt war, fehlte er jedoch oft beim Training und an den Spieltagen. Nach einem Angebot in Höhe von zwei Millionen Pfund wurde Di Cagno zu West Ham United transferiert. Bei seinem neuen Verein stabilisierte sich sein Verhalten. Nach der Saison 2002-03 wechselte Di Cagno zu Charlton Athletic, da West Ham abgestiegen war. Im Sommer 2004 wechselte er wieder nach Italien zu seinem Stammklub Lazio-Rom. Dort wurde er zum Kapitän ernannt und wurde wieder zum Liebling der Lazio-Fans. Im Sommer 2006 ging Di Cagno zum Viertligisten Assisco Roma, wo er seine Karriere 2008 beendete. 2006 wurde Di Cagno in Rom bei einem Spaziergang mit einem bekannten Faschisten von rechtsgerichteten Fußballfans mit den Worten »Du bist kein Kamerad mehr. Die wahren Faschisten sind wir attackiert.« Nachdem auch seine Ehefrau und seine Tochter beleidigt wurden, wollte sich Di Cagno mit Handgreiflichkeiten zur Wehr setzen, wobei er am Bein verletzt wurde. 2008 war Di Cagno als Trainer seines ehemaligen Vereins West Ham United im Gespräch, jedoch sorgte seine politische Einstellung dafür, dass nicht er, sondern sein Landzwang Gianfranco Sola diesen Posten übernahm. Eine Trainerlizenz der UEFA besitzt er seit April 2008. Im Mai 2011 übernahm er das Traineramt beim englischen Fußballvereins Windentown von Danny Wilson. In der ersten Saison führte er den Verein als Saisonsieger direkt aus der League 2 in die League 1. Er konnte sich in der Saison 2012-2013 im oberen Teil der Tabelle etablieren. Nach Streitigkeiten mit den alten Eigentümern über Spielertransfers und dem erwarteten Verkauf des Vereins kündigte Di Cagno seinen Vertrag am 18. Februar 2013 auf, als der Verein den sechsten Tabellenplatz belegte. Am 31. März 2013 wurde er beim Premier League-Klub HFC Sunderland als Nachfolger von Martin O'Neill mit dem erklärten Zielklassenerhalt des angeschlagenen Erstligisten vorgestellt. Gleichzeitig legte der britische Politiker David Miliband sein Aufsichtsratsmandat bei Sunderland nieder, da er wegen Di Cagno's politische Einstellung mit diesem nicht zusammenarbeiten könne. Di Cagno erklärte in einem Statement, er sei kein politischer Mensch, distanzierte sich jedoch in der Folge nicht vom Faschismus. Er rettete den Verein knapp vor dem Abstieg. Sein dortiges Engagement wurde jedoch von der Vereinsführung am 22. September 2013 nach einem schwachen Saisonstart beendet. Di Cagno konnte sich mit seiner offensiven 4-2-4-Aufstellung nicht durchsetzen und hatte zu einigen Spielern ein gestörtes Verhältnis. Als Kapitän von Lazio Rom wurde Di Cagno im März 2005 von der Disziplinarkommission des italienischen Fußballverbands FIGC zur Zahlung einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. Weil er am 6. Januar 2005 beim Stadtderby gegen die Asrum seine Anhänger mit dem faschistischen römischen Gruß, der Benidro Mussolini gilt und dem Hitlergruß sehr ähnlich ist, gegrüßt hatte. Di Cagno, der sich selbst als Neofaschist und rechtsradikal bezeichnet, akzeptierte das Urteil nicht, sondern wiederholte den an seine Fans gerichteten faschistischen Gruß am 11. Dezember 2005 beim Spiel gegen Asluono, dessen Anhänger politisch linksorientiert sind und dessen damaliger Stürmer Cristiano Luccarelli Kommunist ist, sowie bei seiner Auswechslung sechs Tage später im Spiel gegen Juventus Turin. Dies führte zu einer erneuten Strafe von 10.000 Euro sowie zu einer Spielsperre in der Serie A. Auch der Weltverband FIFA nahm Untersuchungen zur Causa Cagno auf. Die Eridiusse Bele Lazio, deren Mitglied Di Cagno ist, organisierten daraufhin eine Demonstration zugunsten Di Cagnos vor dem Sitz des italienischen Fußballverbandes. An dieser nahmen am 23. Dezember rund 500 Personen teil. Als Solidaritätsgestell starteten drei Fan-Vereinigungen von Lazio Ruhm eine Sammelaktion, um die 10.000 Euro Strafe aufzubringen. Auf die Cagno's rechten Oberarm ist das Wort Dux, tätowiert, geschrieben von oben nach unten in den Lettern DVX, was lateinisch für Dux steht und der Titel des ehemaligen italienischen Diktators Mussolini war. Titel UEFA Pokalsieger 1992-93 UEFA Supercup-Sieger 1994-94 Italienischer Meister 1995-96 Auszeichnungen Paolo Di Cagno erhielt 2001 den FIFA Fairplay-Preis für eine Aktion während des Spiels zwischen West Ham United und dem FC Inverton. Aus dem Spielverlauf her gab sich für die Cagno die Chance, auf das leere Tor der Toffis zu schießen, doch als er bemerkte, dass Invertonstorhüter Paul Gerrard verletzt am Boden lag, nahm er den Ball in die Hände und unterbrach somit das Spiel. Damit Gerrard behandelt werden konnte. Er wurde für sein Handspiel mit einer gelben Karte verwarnt. Die FIFA bezeichnete sein Verhalten als einen besonders guten Akt sportmännischen Verhaltens. Allerdings sagte Di Cagno auch, dass er sich in einem Derby gegen die Roma eher die Hand abschneide, als den Ball aufzuheben. Privat. Die Cagno, der drei Brüder hat, ist verheiratet und hat mit seiner Frau zwei Töchter.